Hallo, du wundervolle Seele. Ja, heftige Aufstiegsenergien machen uns momentan wirklich sehr zu schaffen und das macht auch vor mir nicht Halt. Und alles, was ich auch in meinem Umfeld bemerke, ist, dass einiges hochkocht und wie ich persönlich damit umgehe, mein persönlicher Geheimtipp, das erzähle ich dir am Ende dieses Videos und welche Effekte auftreten, darauf gehe ich hier ein. Ja, diese Aufstiegsenergien können sich natürlich unterschiedlich zeigen, aber was ich jetzt für mich persönlich feststelle, ist, dass ich in den letzten Wochen, in den letzten Tagen vermehrt das Gefühl habe, in die Ecke gedrängt zu werden, dass der Druck immer mehr und mehr ansteigt, dass ein Gefühl dabei entsteht, nicht gut genug zu sein, es nicht zu schaffen. Vielleicht auch nur noch diese Rolle, die ich da einnehme, jetzt hier auch auf YouTube, ob ich dem gerecht werde oder ob ich das überhaupt bin. Und jetzt auch die Frage an dich, ob du dich vielleicht auch genauso fühlst, ob ähnliche Prozesse bei dir hochkommen, das kannst du mir auch gerne unten kommentieren. Denn für mich vom Gefühl her ist es so, dass es wie ein Abfragen ist. Diese Energien wollen einen abfragen, ob du wirklich bereit bist, den nächsten Schritt zu gehen oder auch möchten dir zeigen, in welchem Leben, in welchem alten Leben du gerade steckst. Und ich kann für mich so beschreiben, dass mir mein altes Leben dann immer klarer wird, in welchen Strukturen, in welchen Gewohnheiten ich momentan lebe und was jetzt auch Denkstrukturen, was ich von mir selber denke und wie ich mich ausrichten will auch, dass das nochmal auf dem Prüfstein steht. Und dieser Prüfstein heißt, wenn der Druck immer größer und größer wird, dir dann auch zu überlegen, will ich dieses Leben auch noch so weiterleben? Oder auf der anderen Seite sind verschiedene Projekte, verschiedene Herausforderungen, die ich in der Vergangenheit eben umzusetzen hatte, wo ich auch das Gefühl habe oder hatte, schaffe ich das? Ist es mir nicht zu viel? Kann ich das wirklich halten? Und das ist so für mich dieses Gefühl, wenn du kurz vor der Schwelle stehst, die nächste Stufe in deiner Entwicklung zu erreichen, für dich persönlich und damit verbunden ist es der Sprung auch ins neue Leben, der im ersten Moment unangenehm sein kann, weil du über deine alte Komfortzone hinausgehst und dann auch vielleicht gepusht wirst dadurch. Und bei dem Übergang, also wenn du es tust, wenn du ein Begriff bist, diese, ich sage jetzt für mich Projekte, umsetzt, wo du vielleicht noch nie vorher gemacht hast, dann kommen eben genau diese Themen hoch, wie Selbstwertgefühl, Selbstzweifel, Aufregung und auch ein Gefühl vielleicht von Überforderung. Denn meine Erfahrung ist, wenn ich dann diese Projekte, diese Herausforderungen gemeistert habe, dass dann ein Gefühl entsteht, größer zu sein, als ich jemals vorher war. Größer zu sein, als ich jemals vorher war. Aber diese unangenehme Situation, da eben herauszutreten, ist das, was ich glaube, bleibt keinem erspart, wenn du auf dem Weg bist, zu deiner wahren Größe oder auf dem Weg, dich selbst wirklich echt zu zeigen, weil das ist, glaube ich, auch das, was viele Menschen als Hauptblockade haben, wenn es darum geht, sich nach außen hin wirklich so zu zeigen, wie du tief in deinem Inneren bist. Mit all den Ecken und Kanten, mit all den Fehlern, mit all den Prozessen, die vielleicht momentan auch aktiv sind, auch bei mir jetzt in dem Fall, trotzdem sich echt zu zeigen. Was passiert denn dann? Was passiert denn dann? Dann kommt vielleicht die Angst davor, abgelehnt zu werden, die Angst davor, nicht mehr gemocht zu werden. Oder vielleicht, wenn wir noch weiter das Ganze durchgehen, die Angst davor, ausgestoßen zu werden und nicht mehr in deinem Tribe willkommen zu sein. Das ist so die Urangst letztendlich, die auch unten drunter liegen kann. Und auch hier wieder, wenn du das kennst, dieses Gefühl, dann kannst du auch gerne unten kommentieren, weil ich glaube, diese Themen, die ich und andere jetzt eben durchmachen, aufgrund dieser Aufstiegsenergien, dass wir uns selbst bewusst machen, dass wir da nicht alleine durchgehen. Also wir alle gehen durch diese Prozesse durch, durch diese Prozesse der Transformation, des Wachstums und auch ohne zu wissen, wo es vielleicht dann einen hinführt, weil du ja in dem Moment, wo du deine Komfortzone verlässt, vielleicht dich auch zum ersten Mal wirklich richtig echt zeigst, dass dann so etwas entsteht wie diese Ungewissheit, diese Ungewissheit, was könnte denn danach passieren, weil dein Verstand sich das natürlich nicht vorstellen kann und sich dann erst mal ausmalt, was wohl Schlimmes passieren kann. Und das ist der Mechanismus, so glaube ich, den jeder in sich trägt. Den jeder in sich trägt. Ja, und das Ganze ist natürlich übertragbar auf alle Lebensbereiche, ob du sagst, in der Partnerschaft, wenn du dich dann echter zeigst und vielleicht deine Bedürfnisse, deine wirklichen wahren Gefühle, die in dir stecken, wirklich erzählst, was los ist, ohne jetzt gefallen zu wollen, ohne jetzt auch diese Rolle einzunehmen, ein guter Partner sein zu wollen, einfach du selbst zu sein, also echt du selbst zu sein. Und genauso natürlich auch mit dem Beruf und mit den Anforderungen, die im Außen an dich herangetreten werden, wenn du nicht mit allem einverstanden bist, wenn du sagst, jetzt ist eine Grenze erreicht, sich klar und deutlich auch abzugrenzen, um sich selbst treu zu bleiben. Ja, das ist jetzt ja hier auch ein Prozess, durch den ich in den letzten Wochen ein paar Mal gegangen bin, wenn Dinge so eine Eigendynamik entwickeln, wo ich momentan so reinfühle, dass es sich einfach nicht mehr stimmig anfühlt. Am Anfang kann es sein, dass eine gute Energie herrscht und je länger das Ganze eben so anläuft und eben so eine Eigendynamik entwickelt, kann es eben passieren, dass das Ganze eben aus dem Ruder ein Stück weit läuft und dann dir selbst treu zu bleiben und dann zu sagen, hey, Moment, Moment, stopp, 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 das ist mir jetzt zu viel oder das ist jetzt hier die falsche Richtung. Das ist auch der Prozess, wo ich glaube, das Leben oder dein Kurs des Lebens, wohin du dich auch entfalten möchtest, der wird ständig abgefragt aufgrund dieser Aufstiegsenergien, um dir wirklich klar zu machen, welches Leben will ich wirklich führen? Welches Leben will ich wirklich führen? Und dann werden wir mit Dingen konfrontiert aus der Vergangenheit, wo wir vielleicht selber geglaubt haben, dass wir die schon aufgelöst haben, dass wir die schon hinter uns haben, dass wir schon weiter uns entwickelt haben und in dem Moment, wo das aktiv wird, ist es wie ein Wachrüttler zu sagen, Moment, Moment, schau wirklich mal hin. Ist es wirklich so? Hast du es wirklich aufgelöst? Oder wenn du im Begriff bist, vielleicht dich neu auszurichten, zu sagen, okay, ich will mein neues Leben leben und mich noch echter zeigen, wie ich vielleicht vorher in der Vergangenheit mich gezeigt habe, habe ich den Mut wirklich, mich echt zu zeigen? Habe ich den Mut, mich abzugrenzen? Habe ich den Mut auch, den Weg, wenn es wirklich darauf ankommt, auch alleine weiterzugehen, weil ich selbst es mir wert bin? Das wird abgefragt, um dann wirklich dir selber zu sagen, bin ich mir wirklich selbst treu und gehe meinen Weg? Und da fällt mir auch noch eine Geschichte ein, wir haben in unserer Ausbildung, in der schamanischen Ausbildung, natürlich auch Prozesse, die dabei aktiv werden, ja, Widerstände, Ängste. Je weiter wir den Weg gehen, umso mehr Prozesse können hochkommen, die aber sich danach auch ablösen, ja. Zwischendurch kann ein heftiger Prozess dabei sein, deswegen auch hier für dich, wenn du momentan in einen heftigeren Prozess steckst, der Transformation, der eben hochpoppt, will ich dir sagen, oder Mut machen in dem Fall, alles geht vorüber. Das ist nur eine momentane Situation von einem Widerstand, der in dir hochpoppt. Meistens poppen diese Widerstände auf, kurz vor einem Sprung, wenn du im Begriff bist, die nächste Ebene in deiner Entwicklung zu erreichen. und dann jetzt mutig genug zu sein, gerade wegen dieser Widerstände jetzt erst recht weiterzugehen, weil von meinem Gefühl her ist es so, wie ich es auch bei mir erfahren habe in meinem Leben, dass, wenn ich bereit war, diesen Schritt zu machen, auch obwohl Ängste hochkommen, obwohl diese Zweifel kommen und so weiter, oder auch im Außen Widerstände da waren. Und ich habe es trotzdem gemacht, habe mich das im Nachhinein sehr viel stärker gemacht, als ich jemals vorher war, weil es hat sich danach auch aufgelöst. Danach haben sich neue Möglichkeiten ergeben. Danach war ich in einem anderen Bewusstseinszustand. Das ist so ähnlich wie, wenn jetzt ein Sturm aufzieht im Außen. Jeder kennt es ja, wenn ein Sturm im Außen ist, die Wolken verdunkeln sich, Blitz und Donner kommt. Dann hat man vielleicht das Gefühl, in diesem Moment, es ist so eine endlose Stimmung, alles ist so erdrückend, so vereinnahmend. Und in dem Moment kann es sein, dass man so das Gefühl bekommt, da komme ich nie mehr raus. Das hat alles keinen Sinn mehr. Und plötzlich löst sich dieses Gewitter auf, plötzlich verschwinden die Wolken und die Sonne strahlt wieder. Und genau so ist es auch hier im Leben. Wir dürfen uns eben nur, wie ich es jetzt so wahrnehme, nicht immer nur auf die schwarzen Wolken, auf diesen Donner konzentrieren und dem hinterherlaufen, sondern uns auf das Licht konzentrieren, auf unseren Weg konzentrieren, auf das, wo wir hinwollen, wo wir uns ausrichten. Und das ist das, wie die Aufstiegsenergien auch arbeiten. Sie fordern uns, testen uns, ob wir wirklich bereit sind, den nächsten Schritt zu machen. Auch wenn du momentan das Gefühl hast, überfordert zu sein, das ist ja gerade der Prüfstein. Überforderung heißt, dass du aus deinem alten Leben herausgehst und Dinge machst, die du vielleicht vorher noch nie gemacht hast. Und das kostet natürlich sehr viel mehr Energie, sehr viel mehr Konzentration, als du momentan in deinen alten Routinen gewohnt bist, eben zu leben. Und in dem Moment kann es sein, dass du vielleicht sogar zitterst, dass du vielleicht das Gefühl hast, ich schaffe es nicht, ja. Und das ist einfach so ähnlich wie ein Lampenfieber kurz vorm Auftritt, das danach wieder verschwindet, wenn du es gemacht hast. Ja, und da gibt es für mich immer zwei Varianten, wie man damit umgehen kann. Einmal, dass du dich vereinnahmen lässt von diesen schweren Emotionen, von diesen Widerständen, von diesem Druck, der dich scheinbar auch immer mannt. und dann dich wieder zurückziehst in dein altes, gewohntes Feld, das du kennst. Und dann weißt du aber auch, irgendwie hast du das Gefühl, wie ich es zumindest bei mir auch schon erfahren habe, verloren zu haben oder erst recht festzustecken, ja. Oder aber du kannst sagen, okay, ich reiße mich jetzt zusammen, bring meinen Mut auf, überwinde diese Barriere und habe den Mut, ins Neuland zu gehen, in einen Bereich, wo ich noch nie vorher war, mit einem Ergebnis, das ich nicht kenne. Und in den meisten Fällen, wie ich es jetzt erlebt habe, ist, dass es belohnt wird. Es wird belohnt mit einem Gefühl, dass du über dich selbst hinausgewachsen bist, jetzt unabhängig vom Ergebnis. Du hast quasi den nächsten, oder den nächsten Schritt getan, um dich selbst zu verwirklichen, ja. Also die Selbstverwirklichung ist was, wo nicht stehen bleibt. Das dehnt sich, oder das Bewusstsein dehnt sich immer weiter aus. Und das ist ja auch unser Antrieb, ja. Wir sind am Leben hier auf der Erde, weil wir Erfahrungen sammeln wollen und nicht in alten festen Strukturen ein Leben lang verharren wollen und das Gefühl haben, nie am Leben gewesen zu sein. Zwar vielleicht in Sicherheit, aber hast du dann wirklich gelebt. Oder aber du hast den Mut und betrittst dieses Neuland, gehst ins Wachstum, gehst in die Ausdehnung. Und wenn du dafür bereit bist, dann hast du auch das Gefühl, am Leben zu sein. Du hast vielleicht auch manchmal Rückschläge, du hast vielleicht auch manchmal das Gefühl, gescheitert zu sein, aber um es danach besser zu machen, um daraus zu lernen, um daraus zu wachsen. Und das heißt nicht immer, dass du gleich Rückschläge einsteckst, sondern in den meisten Fällen, wenn du dich gut vorbereitest und diesen inneren Ruf hast, diesen nächsten Schritt zu machen, dann wird es belohnt. Das ist nur diese Angst vor dem Ungewissen. Und damit möchte ich dir eben Mut machen. Ja, mein Geheimtipp, wie ich jetzt persönlich mit solchen Situationen umgehe, ist, dass ich mir erst mal anschaue, was will mir denn dieses Gefühl sagen? Als Beispiel Überforderung oder das Gefühl zu haben, kleiner zu sein, diese Selbstzweifel, die dann da aktiv werden, dass ich mich selber in dem Moment frage, was will mir dieses Gefühl sagen? Ist es wirklich so? Und wenn du dann in der Lage bist, auch vielleicht tiefer rein zu fühlen, dann wird vielleicht auch klar, dass es vielleicht nur die Angst vor dem Wachstum ist oder dass es die Angst vor dem Neuland ist oder dass es die Angst davor ist, vor Zurückweisung, je nachdem, auch wenn es partnerschaftliche Themen sind oder die Angst davor, die Existenz zu verlieren, also letztendlich geht es immer um Ängste in der einen oder anderen Form. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du dir die nächste Frage stellen, die ich mir dann auch immer stelle, was kann ich konkret tun in dieser jetzigen Situation, um das zu verändern? Was kann ich tun, was ich vorher vielleicht noch nie gemacht habe? Welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Wovor habe ich vielleicht Angst, diese Möglichkeit oder diese Umsetzung wirklich anzupacken? Und dann im nächsten Schritt, wenn du sagst, ich habe diese Klarheit, dass jetzt dieser Schritt ansteht, worüber du jetzt dir schon Gedanken gemacht hast, um das auch wirklich umzusetzen. Wenn du diese Klarheit hast, zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ja, ich mache das jetzt. Wenn du diese Bereitschaft hast, dann weißt du auch, dass wenn du das jetzt tust, dass es danach kein Zurück mehr gibt, dass dein Leben danach nie mehr so sein wird, wie es vorher war. Und ich glaube auch, das macht vielen Angst, dass sie dann eben nicht mehr zurück können, dass sie nicht mehr in ihrem alten Umfeld bleiben können oder diese alte Persönlichkeit, die sie vorher waren, bleiben können oder vielleicht sogar ihr ganzes Umfeld dann ändern oder ihr Leben neu ausrichten. Es muss jetzt nicht immer gleich so dramatisch sein, aber in der letzten Konsequenz ist es genau das, was dich davor zurückhält, dich selbst zu befreien. Also die Angst davor, in dein neues Leben zu gehen. Es hört sich immer so leicht an, aber diese Aufstiegsenergien helfen einen, jetzt diese Schritte zu unternehmen. Aber natürlich auf der anderen Seite konfrontieren sie uns, jetzt mich und vielleicht auch dich, wenn du es mir mal kommentierst, auch mit den Themen, die einem im Wege stehen. Und so gehe ich persönlich damit um. Und was mir dann auch noch enorm hilft, ist die Frage, wie lange will ich noch in dieser Situation, die mir so einen Druck macht oder dieses schwere Gefühl erzeugt, eben noch verweilen, verharren. Je länger ich in dieser Situation verweile und sie nicht ändere, desto schlimmer wird es ja. Also bleibt mir sowieso nichts anderes übrig, als das zu tun, ich kann es nur aufschieben. Oder ich kann resignieren, in meinem alten Leben bleiben, mich ständig darüber beschweren und auf einen Retter im Außen warten, der aber nie kommen wird. Das ist das, was ich am Anfang auch mir immer gewünscht habe, dass ein Retter von außen kommt, mich befreit und dann all die Herausforderungen, die da vielleicht kommen mögen, einfach für mich übernimmt und ich muss mich um nichts kümmern. Aber ich habe auch gelernt, dass diese Stärke, die du dir jetzt vielleicht auch wünschst oder dieses Selbstvertrauen, das du dir vielleicht jetzt auch wünschst, nur daraus entstehen kann, weil du eben diesen Schritt machst, in den Mut gehst, das zu verändern. Und aufgrund dessen entwickelst du danach die Stärke. Und als ich das für mich erkannt habe, weiß ich ja auch, es gibt keinen anderen Weg, als den, sich damit zu konfrontieren. Und was mich auch noch zusätzlich motiviert ist, ich war schon auf ein paar Beerdigungen und bei ein paar Menschen wurde auch erzählt am Grab, in der Grabesrede, dass es ganz liebe Menschen waren, dass sie sich aufgeopfert haben bis zum Schluss. Sie waren immer für andere da, sie waren immer ein gutes Mitglied der Gesellschaft und deswegen immer in guter, bleibender Erinnerung waren. Ist nichts Verwerfliches dran, aber genau das will ich eben nicht, dass das Menschen an meinem Grab zu mir sagen, sondern ich möchte bekannt sein oder auch dafür stehen, dass ich meinen Weg gegangen bin, dass ich mir selber treu geblieben bin, dass durch meinen Weg, den ich gegangen bin, ich andere motiviert habe, sich selbst zu befreien, dass ich vielleicht sogar noch was Bleibendes hinterlassen habe, um die Menschen weiterhin zu inspirieren. Und das motiviert mich auch noch zusätzlich, mir selbst treu zu bleiben, denn durch mein eigenes Leben, wie ich lebe und mir selber treu bleibe, kann ich andere Menschen inspirieren. Nicht, weil ich anderen Menschen immer nur gefallen wollte oder es anderen recht machen will, sondern weil ich mir selbst treu bleibe. und dass ich bis zum Schluss mir sagen kann, mit erhobenen Hauptes, ich habe mein Bestes gegeben, ich war mir selbst treu und bin meinen Weg gegangen. Ja, das waren meine Impulse zu diesem Thema und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann leite dieses Video gerne an andere weiter oder teile es und wenn du mehr Impulse oder auch Einblick in meine Tagesroutinen haben möchtest, dann folge mir einfach auf Instagram. Der Link ist auch unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.